Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video kannst du lernen, wie man mit Formatvorlagen in Word ganz einfach Texte gestalten kann. In anderen Textverarbeitungsprogrammen, wie zum Beispiel Writer oder Pages oder auch Google Docs, heißen diese Formatvorlagen meistens Stile, sie funktionieren aber genauso wie in Word. Auf geht's! Ich habe hier einen Text mit einigen Informationen über die Biologie der Insekten. Wie man sehen kann, ist der Text völlig einheitlich formatiert, alle Überschriften und der normale Text sind noch nicht voneinander unterschieden. Wenn ich nun dieses Dokument so gestalten möchte, dass die Überschriften deutlich erkennbar werden, würde ich im Normalfall vielleicht hingehen und die Überschrift hier markieren, würde die Schriftgröße ändern, würde vielleicht eine andere Farbe einstellen, würde vielleicht den Abstand dieser Überschrift zum folgenden Text verändern und so weiter. Das würde ich mit der nächsten Überschrift vielleicht genauso machen, dann mit der übernächsten, hier gibt es noch eine Unterüberschrift und so weiter. Diese Methode hat den Nachteil, dass ich das für jede einzelne Überschrift einzeln machen muss und wenn ich mehrere Eigenschaften verändere, wie zum Beispiel die Schriftgröße, die Abstände und so weiter, muss ich jede einzelne Änderung auch einzeln durchführen. Eingenommen, ich merke später, dass ich doch nochmal Anpassungen vornehmen möchte, dann muss ich wieder zu jeder einzelnen Überschrift hin und muss sie einzeln verändern. Es gibt eine wesentlich elegantere Methode, das durchzuführen. Ich kann zum Beispiel den Cursor hier in die erste Überschrift setzen und klicke einmal auf diesen Button hier und schon ist aus dieser Überschrift der Titel des Dokuments geworden. Die Schriftgröße hat sich geändert, der Abstand hat sich etwas geändert, alles mit einem Klick. Wenn ich das mit der nächsten Überschrift tue, diesmal ist es eine Überschrift 1, also die erste Hauptüberschrift des Dokuments, funktioniert das wieder genauso. Der Abstand hat sich geändert, die Schriftfarbe, die Schriftgröße, alles mit einem Klick. Diese Art zu formatieren nennt man Formatvorlagen. In einer Formatvorlage sind alle möglichen Formatierungen gespeichert und ich habe sie über einen Button hier abrufbar. So kann ich ein Dokument sehr leicht einheitlich gestalten. Ich mache jetzt mal hier weiter. Die erste Überschrift für Allgemeines. Der Körperbau ist wiederum eine Überschrift 1, also die erste Ebene der Überschriften in diesem Dokument. Im Körperbau sind drei Teile, Kopf, Brust und Hinterleib. Der Kopf ist also eine Unterüberschrift für Körperbau. Insofern Überschrift 2. Wieder ein Klick. Die Brust wieder. Der Hinterleib ebenso. Jeweils ein Klick. Die Fortpflanzung ist wieder eine Überschrift auf demselben Level wie Körperbau, also Überschrift 1. Schädliche und nützliche Insekten ebenso. So habe ich dieses Dokument nun mit wenigen Klicks sehr übersichtlich und einheitlich gestaltet. Das geht mit Formatvorlagen und diese haben noch weitere Vorteile. Word weiß nun, dass dieser Text nicht aus einer einheitlichen Reihe von Wörtern besteht, sondern dass manche dieser Textteile bestimmte Funktionen haben. Ich habe nun dem Programm mitgeteilt, zum Beispiel, dass dieses Stück Text hier ein Titel ist. Ich habe ihm gesagt, dass dieses Stück Text eine Überschrift 1 ist. Dieses Stück Text eine Überschrift 2. Ordnung. Das kann ich später nutzen, wenn ich verschiedene weitere Funktionen des Programms für mich verwenden möchte. Kommen wir aber nun zu der Frage, wie wir Überschriften anders gestalten können als in den gespeicherten Formatvorlagen. Angenommen, ich möchte diese Überschrift gerne fett haben und in grün anstatt blau. Dann markiere ich dieses Wort, mache es fett und suche mir hier zum Beispiel dieses grün als Farbe aus. Nun möchte ich, dass alle anderen Überschriften dieser Ordnung genauso aussehen. Ich gehe hier auf die Formatvorlage, klicke mit der rechten Maustaste darauf und jetzt gibt es hier die Funktion Aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Wenn ich diesen Knopf drücke, werden alle anderen Überschriften 1, die ich vorher ausgewählt hatte, genauso formatiert wie diese eine, die ich hier markiert habe. So, wie man sieht, sind nun die anderen ebenfalls fett und grün geworden. Übrigens ist der normale Text hier ebenfalls eine Formatvorlage, die heißt immer Standard und die kann ich natürlich genauso anpassen. Wenn ich zum Beispiel jetzt den Eindruck habe, dass diese Schrift hier etwas anders aussehen sollte, zum Beispiel ich möchte sie ebenfalls in grün gestalten, was ich nicht unbedingt sollte bei größeren Textmengen, aber für das Beispiel hier mache ich das jetzt mal. Ich nehme ein dunkles grün und ich möchte den Zeilenabstand vergrößern. Der ist im Moment einfach, ich möchte ihn anderthalbfach. Dann markiere ich wieder alles, stelle es so ein, wie ich es gerne hätte, gehe wieder hier auf die Formatvorlage, die eingestellt ist, in diesem Fall Standard, Rechtsklick, Aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Schon ist der ganze Text grün geworden und hat anderthalbfachen Teilenabstand bekommen. Ich merke nun, dass das Grün nicht so gut aussieht, kann ich also wieder zurückdrehen, stelle wieder auf Schwarz und anderthalbfach war zu viel, ich gehe auf 1,15, Rechtsklick, Aktualisieren, um der Auswahl anzupassen und schon ist der Rest des Dokuments wieder korrekt formatiert. So kann ich also mit Formatvorlagen sehr einfach ein Dokument übersichtlich und klar gestalten und wenn ich später Änderungen vornehmen möchte, brauche ich nur wenige Klicks, um diese im ganzen Dokument anzuwenden. Kommen wir nun zu einer sehr nützlichen Funktion, die nur verwendet werden kann, wenn ich ein Dokument mit Formatvorlagen gestalte. Ich kann nämlich damit ein automatisch erstelltes Inhaltsverzeichnis in das Dokument einfügen. Das ist vor allem bei längeren Dokumenten nützlich, wenn ich zum Beispiel ein größeres Handout für ein Referat erstellen soll oder für eine Facharbeit, dann ist es immer sehr mühsam, wenn man das Inhaltsverzeichnis von Hand erstellt. Man muss alle Überschriften abschreiben, muss schauen, auf welchen Seiten sie stehen, muss diese Seitenzahlen ins Inhaltsverzeichnis übertragen und wenn man später nochmal etwas ändert, kann es sein, dass alle Seitenzahlen sich ändern und man das alles nochmal machen muss. Es geht mit Formatvorlagen sehr viel einfacher. Ich habe, um das hier zu zeigen nun, das Dokument auf mehrere Seiten verteilt und damit habe ich nun verschiedene Überschriften auf verschiedenen Seiten. Ich klicke nun mit dem Cursor dorthin, wo das Inhaltsverzeichnis eingefügt werden soll. In diesem Fall kriege ich das über Verweise, Inhaltsverzeichnis. Dann habe ich verschiedene Formatierungsmöglichkeiten, die ich auswählen kann. Ich nehme hier einfach die, die hier einfach heißt und füge sie ein und schon habe ich hier also ein Inhaltsverzeichnis, das mir die Überschriften aus dem ganzen Dokument eingesammelt hat. Es hat auch gemerkt, dass zum Beispiel Kopf, Brust und Hinterleib Unterüberschriften von Körperbau sind und hier hinten steht jeweils die korrekte Seitenzahl. Angenommen, diese Seitenzahl ändert sich nun, wenn ich zum Beispiel das Dokument doch wieder etwas zusammenhole und wieder auf eine Seite bringe oder zumindest auf weniger Seiten als zuvor. Zum Beispiel hier der Teil schädliche und nützliche Insekten, den hole ich wieder nach vorne. So, nun haben sich also die Seitenzahlen geändert und um das im Inhaltsverzeichnis zu zeigen, muss ich nur hier rechts draufklicken, irgendwo ins Inhaltsverzeichnis und sagen Felder aktualisieren. Dann kann ich noch auswählen, ob ich nur die Seitenzahlen oder alles aktualisieren möchte. In diesem Fall reichen die Seitenzahlen, weil die Überschriften selbst sich ja nicht geändert haben. Ich klicke OK und schon stimmen hier wieder alle Seitenzahlen korrekt überein mit den Seitenzahlen, die tatsächlich vorhanden sind. Das ist also eine sehr elegante Funktion, die ich dann verwenden kann, wenn ich ein Dokument mit Formatvorlagen gestaltet habe. Word hat eine ganze Reihe Formatvorlagen voreingestellt. In neueren Word-Versionen sind die hier oben angeordnet. Wenn ich auf diesen Button klicke, kann ich sie alle sehen. Das ist sozusagen die Schnellauswahl dafür. Es gibt auch hier noch einen weiteren Button, mit dem ich eine Seitenleiste öffnen kann. Dann sehe ich alle Formatvorlagen, nicht nur die, die in dieser Schnellauswahl vorhanden sind. Ich kann hier auch eine neue Formatvorlage erstellen, wenn ich zum Beispiel eine benutzen möchte, die es eben noch nicht gibt. Die meisten Formatvorlagen gelten immer für einen ganzen Absatz. Um einen Absatz zu erklären, schalte ich hier mal die nicht druckbaren Zeichen ein. Ein Absatz ist immer der Bereich zwischen dem Beginn einer Zeile und diesem Absatzzeichen. Also diese Überschrift besteht aus einem Absatz, dieser ganze Textbereich besteht aus einem Absatz, dieser Textbereich besteht aus einem Absatz und so weiter. Ich muss also die meisten Formatvorlagen nicht extra, muss für die meisten Formatvorlagen nicht einen Text ganz markieren, sondern ich setze einfach den Cursor in den entsprechenden Absatz und dann gilt die Formatvorlage für den ganzen Absatz. In anderen Programmen, wie zum Beispiel OpenOffice Writer oder LibreOffice Writer oder auch in Apple Pages, heißen diese Formatvorlagen Stile. Sie funktionieren aber im Wesentlichen genauso. Wenn du eine andere Word-Version benutzt, dann hast du vielleicht auch nicht hier oben diese Leiste, sondern es gibt einen Menüpunkt, der zum Beispiel Format heißt und dann gibt es dort die Formatvorlagen. Wenn du nicht findest, was du suchst, denk daran, du kannst immer die Hilfe eines Programms benutzen oder kurz im Internet recherchieren, wo die entsprechende Funktion sich versteckt. Im Wesentlichen funktionieren Formatvorlagen in allen Textverarbeitungsprogrammen gleich. Nun könntest du einmal versuchen, eine neue Formatvorlage anzulegen. Benutze dabei die entsprechende Funktion und schaue dir die Buttons und Menüfunktionen genau an, sodass du vielleicht einmal selber das ausprobieren kannst, ohne dass ich dir es jetzt Schritt für Schritt zeigen muss. Viel Erfolg beim Ausprobieren. Bis dann.